Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Zock-Session, liebe Leute, und zwar zu einem Spiel namens Not for Broadcast. Eigentlich auch die Geschichte meines Lebens, weil eigentlich sollte man mich definitiv nicht übertragen. Aber in diesem Spiel geht es, glaube ich, soweit ich weiß darum, und ich weiß wirklich sehr wenig, eigentlich nichts, ich glaube darum, dass man seinen eigenen Fernsehsender macht. Und wir fangen einfach mal ein komplett neues Spiel an. So, da sieht man es, das Ladebildschirm ist gut. Hier, ne? Strippenzieher. Oh, die Wahl. Oh, shit. Was muss ich jetzt machen? Muss ich jetzt die Wahl beeinflussen? Oh, Mann. Wie Turnright. Ah, okay. Toni! Wer kennt ihr nicht? Den Walkman von Toni. Achso, ein Anruf. Ne, gehe ich mal ran, ne? Ich muss die Nachrichten machen. Cool. Krieg ich hin, ne? Okay, hier kann ich diese kleinen Bildschirme auswählen, die mit den Zahnen korrespondieren. Okay, ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert. Jetzt muss ich auch noch hier runterschauen. Videotapes on the left, they're your adverts. Pick any three and load them into the machines on the right. When you've done that, look up to the... Okay, wir machen Crazy Neil, hört sich gut an. Exercise with Ham Sleeves. Und dann machen wir noch My Salad Weekly, wenn wir schon Exercise machen, ne? Okay. Ist das gut? Ich finde sie jetzt schon super. Schön trashig. Das ist ja wie bei GIGA damals. Ich muss mich einfach nur entspannen. Okay, okay. Ne, der eine Bildschirm ist ein bisschen weiter voraus als der andere. Dass man quasi so als Regie-Fuzzi den, ähm, so ein bisschen Vorlauf hat. Zuschauerzahlen gehen nach oben. Jetzt kommt hier. Ey, läuft doch hervorragend. Jetzt wird er nochmal hier geschminkt. Ey, das ist super. So ist es halt echt, ne? Herrlich. National Nightly News. With Jeremy Donaldson. Here it comes. Switch to screen one. Now. Lovely, mate. Sehr gut. Also das ist natürlich jetzt natürlich alles am Anfang hier noch, ne? Das ist immer korrespondiert mit der weißen Welle, muss, diese Grüne, kann ich da steuern. Sehr gut. Was, was, was? Okay. Wenn der Countdown runter ist, dann muss ich die Werbung abfeuern. Ich habe Crazy Neil ausgewählt. Ich habe keine Ahnung, was Crazy Neil ist. Ich möchte wissen, was Crazy Neil ist. Das ist ein A ist das. Two, one, advert. One minute back, everybody. Jeremy, I need you to fill after the ads. What's worried? Wanker snatch... Das ist Crazy Neil. Pre-Christmas and so forth. It's a steal with Crazy Neil. That's the same policy. Es ist fantastisch. It's our little secret. Ich habe auch so einen Anzug, bloß so anders, aber ich habe auch so, ne? Opo, Opo-Suits sind das. Eine Multicam-Sequenz, motherfucker. Ja, stay on who's talking, ist ja klar, ne? Nicht länger als 10 Sekunden, ja, dann dürfen wir doch nicht länger als 10 Sekunden reden. Ich finde es tatsächlich ganz geil, weil da ist durchaus Wahrheit drin. Also so funktioniert es halt teilweise einfach auch. Crazy Neha, ganz schön lange Werbung, ne? 17 Sekunden noch. Ich finde es fantastisch, wie jedes Klischee bedient wird. Der Künstler mit seinem fucking Schal. Der Exzentrische. Scheiße, was muss ich machen? Jetzt habe ich auf Bildschirm 4 gewechselt. Okay, jetzt muss ich hier quasi schon so ein bisschen... Das ist ja fantastisch. Er redet gerade, ich bleibe auf ihm, ne? Und wenn jetzt wieder auf ihr, dann machen wir mal einen kompletten, eine totale. Ich finde es super cool. Ich finde das echt sehr, sehr witzig. Wir können mal versuchen, was falsch zu machen. Na, jetzt zeig mal sie. Bis jetzt machen wir alles richtig, irgendwie. Jetzt müsste ich eigentlich ihn zeigen. Und jetzt sie. Aber irgendwie... Aha, jetzt werde ich schon ermahnt hier, ne? Was ist jetzt los? Irgendwas habe ich hier gerade verpasst. Okay, irgendwas ist passiert. Shit, ich glaube, ich habe das Richtige gemacht. Ich habe auf Bildschirm 1 umgeschwenkt. Oh, shit. Wie muss ich denn die Frequenz ändern? Scheiße, jetzt geht hier gerade alles. Fuck, ey. Jetzt habe ich hier gerade... Next, we're gonna change the amplitude. Same as last time. Little joystick or hold on to a middle mouse. And this time push upwards. Upwards, mate, upwards. But I didn't listen. Doctor, I'm drowning, Lance. Oh Gott, jetzt muss ich hier noch... Immer diese Tonprobleme, ey. Da muss schon viel im Blick halten. Was? Ich wollte nicht... Oh, shit. Ich habe auszusehen rüber... Ich habe auszusehen was gedrückt, was ich hier hinten nicht drücken soll. Okay. Fuck, da habe ich ganz schön die Zuschauer verloren. Das ist nicht gut, ne? Das ist nicht gut. Ich will zur Werbung. Es ist super. Ich finde es total geil, dass die hier extra so lauter Sachen gefilmt haben, die total kitschig und klischee-mäßig sind. Sehr schön. Geil. Aerobik. Ja, also es kommen halt immer mehr Elemente dazu. Man muss wirklich aufpassen. Es wird immer komplexer. Ah, ne? Wenn jemand etwas Ungewünschtes sagt, den Zensurknopf drücken, wenn es hier rot ist. Soll ich schon mal live gehen? Ich gehe schon mal live. 5, 4, 3... Achso, das hat das gar nichts gemacht. Welcome back. I'm told we can now go online to advanced headquarters. I'm told we can now go online to advanced headquarters. Muss ich jetzt zensieren gleich wahrscheinlich, ne? Their acceptance address. Are about to make their acceptance address. Cut to the outside broadcast. Oh shit, he's pissed. Get ready to bring her. Ein betrunkener Typ. Ich muss drauf aufpassen. Ich hab's gemacht! Und wieder! Es ist fantastisch! Dieses Spiel ist echt geil! Es ist total strange! Ich find's echt gut! Es ist eine super Idee für ein Spiel! Jetzt wünschen wir wieder auf sie. Total, wie er sich einen reinlötet. Ganz wichtig immer. Sollte man immer ein Bild haben. Es ist echt witzig! Ich feiere die Entwickler grad so dermaßen, dass sie diese Idee für dieses Spiel hatten. Ich will mir jetzt auch einen reinlöten. Es ist echt schwierig Übersicht zu behalten, find ich. Mit den Bildschirmen. Scheiße, hab ich falsch einen Switch gemacht. Na, ich muss da noch einiges verbessern. Na, ich muss da noch einiges verbessern. Ich muss da noch einiges machen. Scheiße, jetzt hab ich's verpasst, wie er was gesagt hat! Ich bin zu spät umgeswitcht, ey. Es ist nicht ohne. Ich mein, natürlich ist das visuell, es ist einfach nur ein Schaltpult, das man hier hat. Aber es ist trotzdem irgendwie witzig, weil ich find diese Idee, wie man dieses Spiel umgesetzt hat, unglaublich gut. Es ist so ein bisschen tongue-in-cheek, würde man im Englischen sagen. so ein bisschen selbstverarschend einfach oder verarschend generell dem Fernsehmedium gegenüber. Ja, und damit haben wir den ersten Broadcast geschafft. Damit wollen wir es jetzt auch erstmal beseilen lassen mit Not for Broadcast. Ich find echt ein sehr, sehr witziges Spiel, weil diese ganze Prämisse und diese Idee einfach richtig gut umgesetzt ist. Ich mein vor allen Dingen, weil die halt wirklich diesen ganzen Trashing-Kram selber gefilmt haben und das liebe ich, weil es echt so ein bisschen verarschend ist. Und es ist, tatsächlich hat auch einen wahren Kern, wie so eine Regie funktioniert, ne, mit diesem Abwägen, welche Kamera nutzt man jetzt oder wird dann eben übertragen. Es ist gut gemacht und man merkt, dass das ganz schön komplex werden kann. Und das war jetzt gerade erst noch der Anfang des Spiels. Ich find's auf jeden Fall recht gut und wer so ein bisschen Bock auf sowas hat, ein bisschen Smilen, ein bisschen Lachen dabei, gut unterhalten werden. Während man sich seinen eigenen Broadcaster anschaut und dafür verantwortlich ist, ja, da empfehle ich auf jeden Fall Not for Broadcast. Auf Wiedersehen. 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 Auf Wiedersehen.